Okay, wir warten. Ich wollte gerade anfangen, weißt du, gerade eingearrt. Gerade so richtig mental vorbereitet. Also mental vorbereitet, die ersten Worte, so danke Mama und sowas habt ihr alles schon bekommen. Achso, jetzt ist es verkackt. Nein, jetzt hast du es verkackt. Ja, dann machen wir das. Danke Mama, geht jetzt nicht mehr. Okay, dann. Drei, zwei, eins. Was für Zeit. Guten Tag, so eine Folge, der bei Dave-Light. Heute ist unser böser, böse Wicht, der Alfred. Wenn ihr nicht bei euch kommt, sondern bei Nessie oder What Ups, dann viel Spaß beim Davonrennen der quietschenden beiden Damen. Achso, ich bin doch echt eine Dame, weißt du. Ja, beide Brüste, ihr habt beide Brüste im Spiel. Und ich bin dieser nette Typ, wo die Krawatte sich in die Brust backt. Okay, bist du bereit? Ich bin auch bereit. Okay, dann mache ich auch mal bereit. Auf geht's. Spielbeginn in drei, zwei, acht. Aber echt. Also ich weine euch. In der letzten Folge habe ich mich so eingeschüßt. Alfred, welchen hast du genommen? Auch den ersten? Warte, das merkt ihr gleich. Alfred kommt gleich mit der Kettensäge an. Dann kriege ich hier einen Schock. Ach, den magst du nicht. Nein, doch, den liebe ich über alles. Den liebe ich über alles. Ich auch. Wenn ich das erste Mal sehe, freue ich mich bestimmt tierisch. Tierisch. Alter, hi, wir sind alle drei beisammelt. Nein, wir sind alle drei nicht beisammelt. Das stimmt nicht. Oh, geht mal weg. Wiedersehen. Rennen ist eigentlich eine dumme Idee. Ja, Mensch. Ach, Rennen macht das ein Zeichen, oder was? Ah, was soll ich denn da dumm machen? Ich sprinte erst mal wie beklebt. Wir wollen doch jetzt besser. Man kann auch zu zweit die Dinger machen, ne? Die mit Dinger. Ich kann gar nicht mehr reden. Das ist echt geil. Die Aggregate. Die Generatoren. Die Süßigkeiten kann man zu zweit essen. War cool. Ja, toll, ne? Weißt du, nicht nur, dass dieser komische Herzschlag ist, wenn er immer näher kommt, dann kommt auch noch diese lehnte Musik dazu, ne? Ich hab jetzt schon wieder richtig Angst. Also, das findest du wahr? Ach, du Scheiße! Oh Gott, Alter! Okay, ich sollte weg. Ich sollte weg. Oh, hier sind Raben. Raben! Wow! Der hat echt eine Kettensäge. Ich dachte gerade, das wäre fake. Oh mein Gott. Der ist eine. Und das ist gerade richtig fies. Kacke. Alter. Ich bin so schlecht. Wo seid ihr denn alle? So, Freundchen, du bist fällig. Hey, wo seid ihr? Hör mal auf, ich hab so rumzuwackeln. Oh mein Gott. So viel Wiggle. Alter! Ey, wo sind die Haken? Ich hab ja nicht mal ne Map. Ne, aber die leuchten, glaub ich. Ne Map? Ey, Freundchen. Lauf, lauf, Josh. Lauf, lauf. Wo bist du hin? Ich kann doch schon. Okay. Wo bist du hin? Ja! Ich bin weggewiggelt. Ich hab mich weggewiggelt. Alter, ich bin ein richtig edler Wiggler. Ich bin weggewiggelt. Oh Gott! Ich seh ihn. Ich seh, ich seh nix. Zum Glück. Wow! Dieses Knitschen. Nein! Was war das denn? Anes, wie hat er dich auch erwischt? Nein, Quatsch. Ich hab mir nur gar nicht in Liebe gestanden. Heid, Serbchen. Ähm. Ähm. Nein. Nein! 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 Ah! Rettet dich! Ähm, wie? Wigglen! 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 Wigglen einfach! Ja, ne. Geht nicht. Alter, ich will nicht diese Ketten, die ich bin richtig im Panikmodus. Alter, der ist ja richtig OP, der Typ, ey. Der hat mich so runtergeklatscht. Der ist übel. Sorge, den ich jetzt. Warte kurz warten. Warum? Ich war fast fertig mit Wigglen. Ja. Oh, Alter. Könntest du das bitte lassen? Das tut mir weh. Boah. Nochmal schön mit der Kettensäge draufgehalten. Oh mein Gott. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Hm. Na, wo ist er hin? Wo ist er hin? Der dritte ist noch ganz gut. Da kann man sich eigentlich noch gegenseitig ganz gut ablenken. Also den, den Killer. Zu zweit wird es schwieriger. Ja. Ja, Alter. Ey. Also ich bin hier ganz... Ich mache Kaffeepause, Picknick. Machen wir mal alles ganz. Oh Gott, ich muss erkämpfen. Wow. Hör dir, ich meine, ich hast eine Tour? Ich weiß es ja nicht, ne? Nee, nee. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja, okay. Danke. Bleib mal hängen. Ja, was soll ich machen? Ja. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wieso ist mein Puls die ganze Zeit so hoch? Keine Ahnung. Ach, Alter. Ist das denn ernst? Ne? Verdammt. Wieso rettest du Nessi nicht einfach? Was denn? Danke. Tja, ich kalt hier, Alfred, durch die halbe Welt geschichtet. Ja. Als es alle am rumstöhnen. Du, 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 du. Was sieht dein Puls aus, ey? Boah, ich hab... Der Junge stöhnt mehr als... Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Boah. Alter, warum? Warum hast du das? Das haben wir dir getan. Alter, wie der, wie der da steht mit seinem Kettensäge. Ja, genau. Boah. Boah. Alter. Wie der da auslastet. Alfred, du bist ja unsympathisch, weißt du das eigentlich? Warum? Wiggle, 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 wiggle. Das sind fucking Kettensäge, Alter. Ja. Die Kettensäge, nein. Helf mir, nein, 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 nein. Alter, nur mal aufsuchen zu machen. Wiggle doch mal richtig. Jeder von uns hat schon... Von uns nicht nach dem Niedertieren. Ja. Und stirb. Okay. Darauf stehst du, ne? Von uns nicht schlagen. Doch, sag mal's. Also... Oh mein Gott, ich glaube jetzt... Oh. Danke. Oh, darfst du den kommen? Nein. Ist er nicht. Dein Ass. Ich hab das Gefühl, der ist hinter mir. Teamwork. Ich hab das Gefühl, ich sterbe. Kennst du? Also ich glaube, die Runde läuft diesmal, ne? Nicht so geil. Alter, warum sind die überall so ohne Spuren? Ja, die sollen dich verwirren. Ist für mich übertrieben zu verwirren, irgendwie. Boah. Ich soll nicht aggressiv machen. Ja. Alfred, tut das nicht. Boah, hier unten ist ziemlich eng. Äh, was? Ich mein natürlich... Hier ist... Ich bin... Egal. Ja, 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 ja. Nein, Alfred. Nein, Alfred. Nein, Alfred. So tut man das nicht. Das macht man nicht. Warum? Ich bin... Hilfe, Alter. Ich seh... Ich seh nichts. Ich seh gar nichts. Also nein. Nein, ich... Ich bin alleine. Alter, Alfred. Wo bist du hin? Ich bin kein fucking Simulator. Ich will die ganze Zeit nur Kettensäge, Herzklopfen. Ähm, Handy-Generator. Weißt du, wie anstrengend das ist? Boah, das Spiel ist echt... Weißt du, so Schlafmangel plus Horrorspiel ist immer eine gute Kombi. Ja. Das, was ich auf jeden Fall mal ganz kurz machen muss. Das ist eine Reise. Genau. Tapp du mal raus. Tapp mal genau. Geh mal... Internetbrowser ein bisschen. YouTube... YouTube Dumps kann ich empfehlen. Also... Echt? Ne. standen. Ichse... Nein, Alfred. Nein, 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 nein. Wo istUMann? Ah. Ehhh... Geh mir nicht auf Ну... Da da! Alter. Alter... Mach die eigentlich auch mal Generator an oder hab den keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Ich hab schon zwar relativ viel an Generatorn bzw. während der Eingabor journalistes Erkunt. Ich hab auch wieder oben gewonnen. Ich jetzt habe einen�来. Ich und ab jetzt auch ein angumpt. also der Tasse drücken sollte. Das Problem war Dams, ich war gerade hinter dir. Oder ich war gerade direkt neben dem. Und dann? Alter, könnt ihr aufhören hier rumzustöhnen? Ich auch. Oh, die Kettensäge, die Kettensäge. Dieser, dieses Mal, wenn der den... Oh Gott, diese Kettensäge ist so krass. Nein. Jetzt mal aufhören damit, das macht mir Angst. Alter, jetzt ist es zu laut. Ja genau, Alfred, stell doch mal um. Ja, ich musste. Mach einfach nochmal. Dann krieg ich hier einen halben Tinnitus. Warum willst du leben? Du willst nur Generatoren einfach machen. Nein. Halt immer die Klappe, ich möchte hören, wenn du mit dem Puls hier hochlaust. Ich bin doch echt der größte Hempel vom Bempel, Bempel, weißt du? Oh, go. Ich höre die Kettensäge irgendwo. Oh mein Gott, ich höre die Kettensäge. Was? Immer wo bist du? Ich bin, oh mein... Ich bin, ähm, äh... Ich bin ganz weit weg von dem Bösen, ja, ja. Bestimmt. Gut. Mist, war keiner drin. Ähm... Du hast mich gesehen, ne? Nee, nee, hast du nicht. Ich weiß gar nicht, ob er in der Nähe ist oder nicht? Das ist so toll. Als ob er mich jetzt nicht gesehen hat. Oh, du Schreck, Alfred, Alfred. Eins, auf, eins, auf, eins, auf, eins, auf, eins, auf, eins, auf, eins, auf. Nein. Bleib stehen. Alfred ist so neben mir, geht der weg. Aua! Nein, 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 das ist nicht passiert, nein. Oh nein. Da hinten wird irgendwas hochgehoben. So. Komm, Riggel, Riggel um dein Leben. Riggel, Riggel, Riggel. Ich will ja schon. Du, Riggel, Mann. Währenddem er mich macht, schnell recover die ganze andere Scheiße. Jawoll, nee. Oh mein. Das hat gut geklappt bei uns. So. Hier. Sorry, ich muss mal kurz ein bisschen Space aus, dass wir jetzt kommen. Alles gut. Du was hier tun musst, ne? So, ernst? Wie? Ich fahre stutter an! Bist er noch bei dir, Josch? Ich weiß es nicht. Oh, fuck. I'm out. Josch ist tot. Aber ihr müsst nur noch ein Ding... Ja. Aber warum bist du tot? Warum? Ich hab gekämpft, solange ich konnte. Und dann waren wir noch ein bisschen rot. Wo ist denn, wo ist denn der letzte Generator? Ich hab Angst. Punktzahl. Nein! Oh, fuck! Warte, du findest mich nicht? Ah, 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 ah! Hier! Finde ich ehrlich, das ist... Warum hab ich so viel Dreck auf meiner Hose? Ist das... Ja, okay. Okay, wir gehen woanders hin. Oh, ich kann überhaupt nicht wickeln. Wickel, 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 wickel. Ey, bleib mal ruhig jetzt hier. Ey! Oh, wa? Mach mal nicht raus. Kannst du dir doch nicht einfach vor mir abhauen. Ich werde dich finden, glaub's mir. Ach doch, mir egal. Vielleicht werde ich sie vorher finden. Eine Kettensäge, kommt. Oh, Dams, nice Idee. Ja, war nicht schlecht, ne? War super, war super. Ich war ganz froh, dass ich daraus ankommen bin auf mein... Oh mein Gott, mein Herz. Das ist nicht gut. Warte mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Wo ist er hin? Alter. Ach, der Schreck. Alter. Alter. Das ist doch nicht wahr, ey. Oh Mann. Mein Herz tut mega schnell grad, ne? Nur so. Ich Idiot. Ich Idiot. Ich Idiot. Ich Idiot. Ich Idiot. Ich kann ihn nicht weg. Ah, doch. Kontroll. Nicht mehr renn, nicht mehr renn, nicht mehr renn. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ist er bei euch? Mhm. Der bei euch? Der Puls kräftet zumindest an mir. Ja, bei mir. Irgendwo war der bei eben. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Was bedeutet diese Fehler, die du da hast? Was ist das für ein Perk? Das ist ein Hack. Das ist ein Hack. Das ist... Das ist, ähm, ähm, Leichtlauf. Dampi, sie ist bei Nessi. Los, mach was, mach was, mach was. Sie ist bei Nessi. Sie. Sie, 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 sie. Wow, scheiße. Oh mein Gott. Ich hatte eben schon wieder Panik. Junger Mann. Können wir das doch bitte mal einfach lassen? Kannst du ihn niederschlagen, Nessi oder so? Einfach, einfach umbringen. Vorsicht! first to take the der sinners arrangement changes Oh mein Gott dazu. rick x4 Nein, 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 nein. Muammammammammammammammammammammammammammammammamm. Oh. Ich kann starten. Muammammammammammammammammammammammammammammammammermamm Wow, hei. Ups. Hi! Hi! Lauf, wir gehen einfach! Es ist zopfiges Bild! Komm, komm, komm. Er kann außen rumlaufen, das macht er nicht. Nein, nein, macht er nicht. Ups. Ich bin weggelaufen. Easy. Lauf, 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 lauf! Jawoll, Dumpy! Lauf! Jawoll. Nein! 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 Boah! Warum? Oh mein Gott! Jetzt kriege ich hier noch mehr dran. Scheiße! Ah, Dumpy, warum schreitst du so? Kannst du mal nicht deine Eierschlücke holen? Tut mir leid. Fuck. Jetzt hab ich fast den Haken übersehen. Nessi, lauf einfach, lauf einfach, lauf! Nein, Quatsch. Ich bin direkt tot. Warum bin ich direkt tot gewesen? WTF? Ich bin tot. Oh, 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 oh! Nessi, lauf! Ich bin tot. Oh, okay. Warum? Ich weiß nicht, ich war direkt tot. Ich hab keine Ahnung warum. Vielleicht weil er mich im Schrank erfunden hat. Du solltest vielleicht nicht rennen, sonst erkennt er halt wo du bist. Nessi, Nessi, du schaffst es, du schaffst es. Oh, meine Frau heilt so. Was machst du denn da hinten an dem Kran? Warum bist du am Kran? Ich dachte, ich kann den Kran. Achso, bist du Kranfahrer Nessi? Ja. Ja. Hallo, ich bin... Es gibt auch noch zwei Ausgänge. Nein! Es gibt mehrere. Hallo, ich bin Kranfahrer Nessi. Willkommen zu meinem Bob der Baumeister Tutorial. Ich kann doch grad sagen. Gibt zwei Stück. Und dann, wenn Nessi ganz laut schreit, weiß ich, ich bin in ihrer Nähe. Ich finde auch voll schön, dass Nessi gar keine Geräusche macht. Also... Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wiggel! 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 Oh nein! Ich wollte eben schon erwarten. Ich soll leiser sein. Aber konnte ich nicht. Alter, wie krass. So. Komm, Wiggel! Wiggel weiter! Ich wiggel! Nein! Scheiße! Aber ich hab's fast geschafft. So. Stirb! Stirb! Also zu dritt ist es schon wirklich hart, da durchzukommen. Das ist echt hart. Das ist... Das macht mega fichtbar. Gut, aber ich muss ehrlich sagen, die Motor-Sing ist echt okay. Also ich... Also ich... Also ich musste euch vorhin zweimal treffen und das war so schwer, ne? Krass. Unbarmherziger Sieg. Und da muss man schon sagen, mit zwei Hits war es zu dritt schon relativ okay. Also gegen drei zu spielen, ne? Also... Ihr hättet das auch machen können durch meinen Vollzug am Anfang, aber... Ja. War wieder erfolgreich für die... Für die Überlebenden. Für die Folge. Wow. Okay. So. Ne, ne. Eigentlich muss Alfred, glaub ich, die Lobby. Achso. Alfred. Alfred, du musst was legen. Ja, genau. Da kommen wir mit, automatisch, mein ich. Ha. GG, Alfred. GG. Na gut. Na gut. Na gut. Und in der nächsten Folge seht ihr dann bei Dumpy, wie er uns ja geht. Ich schnetzel werde. Ich räumt auf. Bestimmt nicht. Tschüss. 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 Tschüss.